Das sind die gruseligsten Horrorfilme, die beim Streaming-Riesen Netflix zu sehen sind. 1. The Devil's Light Anne, eine junge Nonne, betrachtet Exorzismendurchführungen als ihre wahre Lebensaufgabe. In einem Fall muss Anne jedoch feststellen, dass sie es mit einem sehr mächtigen Dämon zu tun hat. 2. Der goldene Handschuh Basierend auf wahren Begebenheiten tauchen wir ein in das düstere Hamburg der 1970er Jahre. Der Serienmörder Fritz Honka hinterlässt eine Stadt voller Schreckenstaten. 3. The Pope's Exorcist Ein katholischer Priester wird zu einem Exorzismus gerufen und in eine uralte Verschwörung verwickelt. Bei dem Versuch, einen besessenen Jungen zu retten, lernt er eine ganz neue, böse Kreatur kennen. 4. Der Schacht Hier geht es um ein vertikales Gefängnis, in dem die Insassen auf verschiedenen Ebenen eingesperrt sind. Der Film führt durch eine verstörende Reise durch die menschliche Natur, voller Gier, Macht und Verzweiflung. 5. Things Hurt and Seen Die Handlung dreht sich um ein Paar, das in ein altes Landhaus zieht und dort übernatürliche Dinge erlebt. Können sie die Geheimnisse entschlüsseln, die in den Wänden lauern? 5. Things Hurt and Seen